so jetzt haben sie ihre beiden seiten erstellt können hin und her navigieren ich möchte ihnen aber noch einen kleinen hinweis geben dafür gehen wir zurück auf den startbildschirm den erreichen sie über diesen home button also draufdrücken dann sind sie wieder ganz am anfang wenn sie jetzt ein neues whiteboard starten kommt hier unten immer eine kleine leiste in der sie verschiedenste lineaturen auswählen können und auf ihrer seite quasi einbetten haben sie zum beispiel jetzt die kästchen ausgewählt dann können sie schon loslegen und schreiben 1 plus 2 ist gleich 3 und bevor sie eine neue seite erstellen haben sie auf dieser ersten seite schon die möglichkeit durch schieben weitere bereiche in diesem bildschirm zu nutzen ja sie sehen dass sie dann eigentlich neun separate bereiche zur verfügung haben also wenn ich das jetzt so demonstriere jetzt bin ich oben links und schreibe ein ganz großes x ja dann sieht man auch dieses x da oben dann gehe ich in den zweiten bereich das ist dann 2x ja so sie haben wie gesagt neun einzelne bereiche sie können auch in die einzelnen bereiche rein zoomen ja also es ist oder komplett raus zoomen dann haben sie alle neun bereiche auf einmal sichtbar das ist halt die möglichkeit in diesem whiteboard auf einer seite den platz maximal auszunutzen ja das bietet dieses iq whiteboard an was machen sie jetzt denn zum beispiel sie haben eine seite gestartet sie denken ich hätte gerne noch die lineatur muss ich dann wieder auf den home button wieder eine neue seite damit dann die leiste kommt müssen sie nicht also sie gehen hier auf die seite es ist sehr versteckt und sehr klein aber hier sehen sie die seitenübersicht 12 hier können sie auch darüber navigieren aber hier gibt es ganz kleine drei pünktchen wenn sie da drauf drücken haben sie die möglichkeit die seite zu löschen einen hintergrund zu ändern oder die seite größen zu ändern was wir benötigen um eine lineatur nachträglich reinzuladen ist hintergrund ändern dann kommt wieder diese kleine leiste und da können sie sich ihre lineatur wiederholen ja seite löschen selbst erklärend löscht die seite seitengröße ändern es ist eigentlich nur die skalierung 4 zu 3 oder 16 zu 9 relativ unwichtig aber nur dass sie das mal gesehen haben hat ihnen das video gefallen dann gibt uns einen daumen nach oben abonniert unseren kanal und damit sie nichts verpassen können sie auf die kleine glocke klicken bei youtube damit sie benachrichtigt werden wenn wir neue videos hochladen könnt auch gerne die kommentarfunktion benutzen und wir freuen uns wenn sie uns das nächste mal wieder besuchen vielen dank